Herzlich Willkommen zu unserer Biketour nach Vinaros. Viel Spaß dabei! Zu verkaufen. Das verkaufen alle. Wir hatten eine Fl遊weizung von der Biketour. Das ist ein Wart der Utz. Auf der Biketour. Die Fluzzitz. Die Flüge! Ja, in Vinaros. Ja, in Vinaros. Richtig schönen Steigarten in den Alten. Toll. Toll. Ja, macht's gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein Rache. Rache, aber ich so. Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier stehen wir vor der Stierkampf-Arena von Winaros, welche bis zu 10.000 Besucher fasst. Stierkämpfe werden aktuell jedoch keine mehr durchgeführt. Die Arena wird heutzutage hauptsächlich für Musikveranstaltungen genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und es ist schon eine lange Strecke, die du mit dem Rad fahren kannst. Nein, da sind wir falsch gefahren jetzt. Na ja, da ist schon gar keine Strasse mehr. Na ja, da wo wir gekommen sind. Okay, okay. Musik 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 Zum Glauben schaffst du immer, das sind deine polnischen Gene, gell? Wenn du dir das gut ausdenkst, was du sagst, gell? Stimmt doch Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020